Harry G. Ich weiß nicht, ob ich den so wirklich witzig finde. Der ist immer so negativ und so. So schlechte Vibes irgendwie. Ich glaube, der hat seine Mitte einfach noch nicht gefunden. Ich meine, so von den Ansätzen ist sein Sanskrit ja gut. Aber so ein bisschen mehr Achtsamkeit, das würde dem nicht schaden. Na, ich schau mir das jetzt auf jeden Fall noch mal live an. Ich meine, vielleicht kann ich den ja mit den Klangschalen so ein bisschen unterstützen. Wer weiß.